Herzlich willkommen, liebes Team der Denkfabrik Demokratie Do-It-Yourself. Schön, dass ihr da seid zu unserem Trainstorming für unseren Konzeptvorschlag für das Haus der Demokratie im Rahmen der Neuaufstellung der Paulskirche. Und ich lade euch dazu ein, eure Schuhe aufzuziehen. Bitte ich meine, wer ist sie fliegt? Wir müssen jetzt wirklich mal weitermachen. Warum die Paulskirche, Paulskirche? Sie könnte doch auch Kevins Kirche heißen. Dies kriegt die Krise. Ja, und ich, dieses Universum gefühlt. Die Jury braucht von uns extrem viel innovativen Ideen auf. Jetzt sagen sie doch mal, dass ihr ein Mensch seid! Dein Parlament, Parlament, Parlament! Oh Volk, mach ihm ein End! Ich möchte darauf hinweisen, dass das Haus der Demokratie fehlt. Ganz! Jetzt steht es so. Das ist so. Okay. Das ist so. Wenn du so. Warte. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon.